IWF-Kredite an Ukraine Ziel ist die vollständige Destabilisierung des Landes von Ernst Wolf 16.02.2015 Ernst Wolf ist freiberuflicher Journalist und Autor des Buches Weltmacht-IWF-Chronik eines Raubzugs, erschienen im Tektum-Verlag Marburg. Am 12. Februar verkündete Christine Lagarde, Direktorin des Internationalen Währungsfonds, der IWF habe sich mit der ukrainischen Regierung auf ein neues wirtschaftliches Reformprogramm geeinigt. Die Bekanntgabe der Nachricht erfolgte nur wenige Minuten nach Beendigung der Friedensgespräche zwischen den Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, Russlands und der Ukraine in Minsk. Der Zeitpunkt war nicht zufällig gewählt. Die USA waren von den Friedensgesprächen ausgeschlossen worden und reagierten nun, indem sie die Welt durch ihre mächtigste Finanzorganisation eine klare Botschaft zukommen ließen. Die Politik der Ukraine wird auch weiterhin von Washington aus bestimmt, wenn schon nicht durch Waffenlieferungen, dann zumindest wirtschaftlich und finanziell. Christine Lagarde's Behauptung, das Programm werde für eine unmittelbare wirtschaftliche Stabilisierung sorgen und markiere einen Wendepunkt für die Ukraine, sind ebenso weit von der Wirklichkeit entfernt, wie das seit Jahren von den Mainstream-Medien vermittelte Bild des IWF als einer Hilfsorganisation, die in Not geratene Länder rettet. Kaum ein Cent der Kredite wird die arbeitende Bevölkerung der Ukraine je erreichen. Stattdessen wird der Löwenanteil des Geldes benutzt werden, um die, den USA ergebene Regierung von Premierminister Yasenjuk zu stürzen. Als Grundlage für die Kredite dienen das Wirtschaftsprogramm für 2015 bis 2015. Vom Dezember 2014 sowie die harschen Bedingungen der im August 2014 zwischen IWF und ukrainischer Regierung abgeschlossenen Absichtserklärung Letter of Intent Einige der Maßnahmen sind bereits in Kraft, andere Werten folgen. Zu den bereits in Kraft getretenen zählt die Wechselkursfreigabe der ukrainischen Währung Rivna. Ihre 67%ige Abwertung hat internationalen Devisenhändlern zu Milliardengewinnen verholfen, während sie den durchschnittlichen Monatslohn im Lande unter 50 Euro gedrückt hat. Die 25%ige Inflation von 2014 und eine Erhöhung der Gaspreise um 50% im Mai 2014 machen dem schwächsten Viertel der Bevölkerung ein Überleben fast unmöglich. Aber auch der Rest der arbeitenden Bevölkerung, vor allem Alte und Schwache, werden eine drastische Verschlechterung ihres Lebensstandards hinnehmen müssen. Für 2015 und 2016 sind die Entlassung von 10% der Beschäftigten im öffentlichen Dienst und die teilweise Privatisierung von Gesundheits- und Bildungswesen geplant. Das Renteneintrittsalter für Frauen soll um 10 Jahre, das für Männer um 5 Jahre erhöht werden. Soziale Vergünstigungen für Rentner sollen gestrichen, der Markt für Medikamente soll dereguliert werden. Die bestehenden Renten werden eingefroren, das kostenlose Mittagessen für Schulkinder und Patienten in Krankenhäusern wird gestrichen. Die Zahlungen an die Opfer der Katastrophe von Tschernobyl werden gekürzt und die Grenzen der radioaktiven Gefahrenzone neu festgelegt. Der staatlich festgesetzte Mindestlohn wird entgegen früheren Zusagen nicht angehoben, sondern verbleibt bis November 2015 bei 1.218 Hrvna knapp 42 Euro. All diese Maßnahmen werden mit Sicherheit nicht für die von Christine Lagarde angekündigte Wiedereinführung robusten Wachstums sorgen. Stattdessen werden sie das Leid der ukrainischen Bevölkerung verschlimmern, den sozialen Graben in dem durch einen blutigen Bürgerkrieg zerrissenen Land vertiefen, seinen Zerfall beschleunigen, seine parasitischen Bewegungen zusätzlichen Nährboden bieten und damit die perfekten Bedingungen für eine Zukunft in Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung schaffen. Mit der Verfolgung dieser Strategie befindet sich der IWF in perfekter Übereinstimmung mit den geopolitischen Zielen der Wall Street und des Weißen Hauses in Washington. Beide stecken derzeit in tiefen Schwierigkeiten, da wegen der Explosion der Einkommensungleichheit schwere soziale Konflikte in den USA drohen und die in Schulden ertrinkende Regierung wegen des wirtschaftlichen Niedergangs der USA und der globalen Machtverlagerung hin zu den BRICS-Staaten zunehmend die Kontrolle über das Weltfinanzsystem verliert. Wall Street und das Weiße Haus sind allerdings nicht bereit, diesen historisch unumkehrbaren Prozess tatenlos hinzunehmen, Deshalb führen sie derzeit einen weltweiten Kreuzzug gegen Russland und China, die es gewagt haben, sich gegen den Petrodollar zu versündigen und einen Vertrag über langfristige Öl- und Gaslieferungen außerhalb des Dollars abzuschließen. Außerdem befürchtet Washington, dass beide Länder sich möglicherweise an der Einführung einer neuen goldgedeckten Währung beteiligen könnten, die den US-Dollar als weltweite Reservewährung ablösen und das endgültige Aus für die globale Vormachtstellung der USA bedeuten könnte. Um dies zu verhindern und sich darüber hinaus die Kontrolle über die riesigen und gewaltigen Profite versprechenden Ressourcen Russlands zu sichern, betreiben Wall Street und das Weiße Haus seit einigen Jahren eine gezielte Politik des Regimewechsels in Moskau. Ihnen ist jedes Mittel recht, um die gegenwärtige politische Führung in Moskau durch eine Regierung zu ersetzen, die den US-Interessen genauso ergeben ist wie das Kabinett von Premierminister Yasenjuk in Kiew. Eines der Ziele der USA war zunächst die Integration der Ukraine in die NATO. Mit dieser Maßnahme sollte der militärische Druck auf Moskau erhöht werden. Doch die EU, insbesondere Deutschland, scheinen nicht bereit, sich auf einen Krieg gegen Russland einzulassen. Nicht aus humanitären Erwägungen heraus, sondern wegen ihrer Abhängigkeit vom russischen Gas und Öl und vermutlich wegen ihrer Erwartung einer neuen Weltfinanzordnung, die nicht mehr von den USA beherrscht wird. Auch die Mehrheit der US-Bevölkerung scheint trotz einer massiven Medienkampagne mit dem Ziel der Dämonisierung Wladimir Putins nicht bereit, einen Krieg zu unterstützen, der mehr Geld und mehr Leben als alle früheren Kriege kosten und in einer nuklearen Katastrophe enden könnte. Deshalb zielt die gegenwärtige Politik von US-Regierung und Wall Street persönlich darauf ab, die bereits bestehenden sozialen, ökonomischen und ethnischen Konflikte in der Ukraine anzuheizen und zu verschärfen. Auf diese Weise hofft man Wladimir Putin und seine Gefolgsleute, in einen lang anhaltenden und kostspieligen Krieg an der Westgrenze Russlands hineinzuziehen, der seine Position im eigenen Land schwächen und schließlich den Weg für die Einsetzung einer neuen Führung in Moskau bereiten könnte. Betrachtet man die Ukraine auf diese Weise als einen Teil der gegenwärtigen geopolitischen Auseinandersetzungen, so wird einem klar, dass die von Christine Lagarde angekündigten neuen Kredite des IWF ganz gewiss keinen Wendepunkt zum Besseren darstellen. Stattdessen werden sie einmal mehr unsägliches menschliches Leid bewirken und zu der langen Blutspur beitragen, die der IWF in der Vergangenheit in so vielen Fällen nach der Ankündigung von Hilfe und Unterstützung für in Not geratene Staaten hinter sich zurückgelassen hat. Und wenn alle anderen, die von der Partei verbreiteten Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleichlauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. George Orwell 1984 Karl Friedrich von Weizsäcker, eine Analyse aus dem Jahre 1983, entnommen aus dem Gelben Forum. Es ist bemerkenswert, was Karl Friedrich von Weizsäcker, der ältere Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten, vor 25 Jahren in seinem letzten Buch schrieb. Von Weizsäcker sagte in seinem letzten großen Werk »Der bedrohte Frieden«, 1983 Hansa Verlag, innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjetkommunismus voraus und wurde dafür ausgelacht. Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn- und Gehaltsabhängige zurückfallen würde, wenn der Kommunismus nicht mehr existiert, war schockierend. Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden Globalisierung, wiewohl es damals dieses Wort überhaupt noch nicht gab. Es folgen Zitate aus seinem Buch. Erstens. Die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen. Zweitens. Die Löhne werden auf ein noch nie dagewesenes Minimum sinken. Drittens. Alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen, Rentenzahlungen zuerst. Erstens. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird. Viertens. Circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland wieder Menschen verhungern. Fünftens. Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch. Sechstens. Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten. Siebtens. Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen, eine weltweite Diktatur einführen. Achtens. Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker. Neuntens. Die Kapitalwelt fördert wie eh und je einen noch nie dagewesenen Nationalismus als Garant gegen einen eventuell wiedererstarkenden Kommunismus. Zehntens. Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als solchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können. Jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen. Anderenfalls entsteht für sie ein riesiges, gefährliches Konfliktpotenzial. Elftens. Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt zu dienen, werden Großmächte Kriege mit Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen führen. Zwölftens. Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das gruppelloseste und menschenverachtendste System erleben, wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat. Das System, welches für diese Menschen verantwortlich ist, heißt unkontrollierter Kapitalismus. Karl Friedrich von Weizsäcker sagte, vor 25 Jahren, dass sein Buch, welches er als sein letztes großes Werk bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde und die Dinge somit ihren Lauf nehmen. Das deutsche Volk bewertete er wenig schmeichelhaft wie folgt. Absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er im blinden Zorn alles kurz und klein, auch das, was ihm vielleicht noch helfen könnte.